Hallo liebe Wanderfreunde, es freut uns wieder, dass ihr eingeschaltet habt. Heute gibt es eine reine Männertour und zwar mit Thomas Adventures. Wir gehen die Traumschleife Erzgräberweg und die Tour hat etwa 12 Kilometer und wenn ihr wissen wollt, wie diese Wanderung so ist, dann begleidet uns. Nachdem die Durchschläge des Flusses auf dem Aufmerksamkeit und dort stehen, wir gehen die Man hat sich aus dem Aufmerksamkeit als in denumensten. Musi an, auf zu schimbern, als in den Wind habe, eine Abenteuerwerbe und Stab zu kommen. Er wird dann noch auf dem Wind sind, dann in den Wind. Und dann werden hier in den Wind. Das ist das, was hier-mäß. Soll ich auf den Wind. Weil das Katastrophen hat oder in die Wind ist. Ich te team aus. Ich tege das. Ich tege das. Ich tege das. Ich tege das. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020